Ja, my husband is very important at the school, and never eats any pack lunches. Also ist das die Toße, die ist ja wirklich ein bisschen fetter. You know how there are scary monsters outside town, and where are you to death, that will steal my money. Das ist ein Einschwingung darauf, dass wir die Hälfte des Geldes verdienen, wenn wir sterben. Please don't assume I'm just an ordinary old guy. Also I just am. Ja, klar. Why aren't you in school, kid? Isn't it the school day? Ich rette die Welt, halt mal die Klappe, alter. Ich bin hier voller Checker, ich rette die Welt. Ja. Hallo. Sorry to bother you, but could I give you a survey? Ja. Do you feel that train tickets are too expensive? Äh, ja. Have you used any megaphones? Äh, nein. Thank you for your cooperation. While your time, please take this phone card. Ah, jetzt kommen wir ja kostenlos telefonieren, stimmt ja. An den, ähm, ich kann es mal kurz zeigen. Paulus are blocking the tracks, so the trend's stuck. Ja, ähm. Haben wir hier ein Telefon? Die Sekunden Telefone kostet normalerweise Geld, wenn wir jetzt die Phone Card benutzen. Äh, Cloudspeaker Telefon. Und los, hallo Sun. AfterBusse 2.505, Mama, äh, 511, use advice, leave, next level unit, 344, 335. Dann nehmen wir, hey, 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 hey. Das merke ich mir eh nicht, wie viel wir zu Leveler brauchen, nicht halt bis wir Level, irgendwas erreicht haben. Ähm, so, jetzt können wir nämlich kostenlos telefonieren. Weiß nicht, ob das mal einmal funktioniert oder ob das immer funktioniert. Aber ich werde die einfach mal Alex geben. Weiß wir vielleicht nochmal speichern müssen. Weil jetzt haben wir endlich auch mal gespeichert. Hallo Typ. I wanna be a doctor so I can help people. And so I can make lots of money. Ja, so wie der Typ hier. Hier ist noch ein NPC zum Labern. Hallo, NPC. Way up north. I heard there's a gigantic rocket in Duncan's Factory. How are we going to get the rocks of the train tracks? If we let City Hall handle it, they will be there for a year. Schöne Anspielung an Bikokratie, ne? Oh, man. Das ist ja leider so, ne? Go to school, you are a student, aren't you? Ja, schön, habe ich. Wie gesagt, ich rette die Welt. After you're being to the sweet lady, the factory, the Houston Macbord and Rockets, der. Da war man ja schon. Entschuldigung, wenn uns da. Oh Gott, ich bin schon eine Stunde. Da habe ich noch keine Zuschauer. Toll. Da wir so ein bisschen auf 5 Uhr zu machen. Und die alle schlafen. Check. Welcome to Thanksgiving. North Santa Claus Station. Best Mother's Day. I heard, I heard what stuff is going on in Mother's Day. Yeah. Something about a kidnapped zombie. An animal is doing something or other. It sounds so nuts. A kidnapped zombie, what the fuck. Du bist ein bisschen falsch informiert, mein Freund. Und so, ähm, ja. Ich werde das erst mal. Ach du scheiße, die Backlady. Äh, wie schag ist die? Die, 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 die. Okay, ein HP, äh, den hat die erst angegriffen, wenn ich das es wüsste. Es ist immer so toll, wenn, wenn man, ich weiß, wenn, ja, wenn die Gegner angreifen. Es werden natürlich die EP geteilt. Dann ist es nicht so schön. Es ist eine Sache an dem Spiel, ich glaube, ich ein bisschen. Hm. Okay, die gehen ja noch. Wollen wir auf die HP von Alex achten, weil der ist ja noch schwach. Du, 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 und hängt nicht so viel aus. Da, 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 da. Hm, 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 hm. Da ich hier noch kein Zeugs habe. Clause for the pass someone dropped. Clause security pocketed in. Pocketed in. Äh, pass. Info. A pass for Duncan factory employees. Employees. Okay. Damit das heißt, wir kommen wohl in die Fabrik da mit rein. Oh, neue Gegner. Kugara. Du, 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 du. Ach, lass mich die Augen beachten. Äh, die Charaktere, wenn jemanden angreifen, der schon tot ist, dann, ja. Du, 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 du. Hier geht es nicht, nichts. Hier ist nichts. Da 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 da. Hier ist auch nichts. Oh, ein Hund. Komm an. Check. No problem. Talk. These batteries are Mr. Duncan's property. Do I have a pass? Pass? Sorry, but this is expired, kid. Did you swipe it? You're suspicious. Look me in eyes. Warum hast du jetzt bitte getanzt? Wow, ein Straydog. Ähm, und Schiss. Wow, du bist aber stark, nicht. Jetzt wird es aber richtig mies. Ähm, ich würde gerne mal eben kurz Alex heilen. Danke. Äh, es wird das lustig. Wir müssen eigentlich nur ein Item finden, also die Rakete finden. Aber es gibt jetzt aber schon noch einen, ähm, Franken-Badge und Bomber. Okay. Okay. Damit ist nicht die Bombe aus, weil ich finde sie gemeint. Was hat das Neues gelernt? Was denn? Toyix. penal fix. Ah, geil. Du leidigen... Du leidigen... Du leidige... Du leidigen... Das haben wir natürlich mehr Imentarplatz, aber... Naja... Oh, eine Bombe... Geflch... So... Momentan verwirrt, werde ich so ein Kram halt in Kämpfen benutzen. Die Dinge, ach hallo, äh, 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 wie wirst du ausgesprochen? Ähm, äh, meinst du, wie es mir geht, hä? Äh, ja, ich kann halt nicht schlafen. Dr. Distorto, ach du scheiße, das Vieh ist, äh, der Typ ist, ähm, naja. Äh, ich kann nicht schlafen und dachte, ich, äh, fang mal an, hier, mach einfach so streamen. Ähm. Giorgi, Giorgi, Gets Gaming, keine Ahnung. Weiß nicht, wie ich sie aussprechen, sorry. Das ist so ein, so ein Name ist, um es ein bisschen schwierig auszusprechen, wenn man sowieso Probleme hat, sich so artikulieren wie ich. Ja, also. Ähm, du hast übrigens gar nicht in der, in, in, in der Videoanzahlung lang gezeigt. Das ist nicht mal ein bisschen beschissen. Sonst hätte ich jetzt früher schon, hätte ich dich schon früher gegrüßt. Es ist es wieder mal richtig. Twitch, please. Äh, ja, falls du dich fragst, was wir hier spielen. Ach du schade, Alex ist ja fast tot. Äh, wir spielen gerade mal V1 und Alex ist nicht tot. Okay, ich sollte vielleicht, oh, danke, das sind geil. Danke, Klaus. Ähm. Halt ihn bitte nochmal. Wir spielen gerade in Mava 1. Bedingungsweise auf Bound Zero. Das ist ja im Westen. Und, ähm, sind jetzt schon eigentlich relativ weit. Ich hab's schon mal vor zwei Wochen, aber es war gestreamt. Und, hab da schon Weichen gespielt. Also, falls du das Spiel nicht kennst, das ist Teil der Maverei. Und Mava ist in Japan relativ beliebt. Das ist, hat so ein selben Stellen, was so ein bisschen wie Dragon Quest, übrigens, also Final Fantasy, heute in, in, in Japan. Dragon Quest ist ja in Japan heutzutage, glaube ich, ein bisschen weniger beliebt. Und, das hat ich Ihnen keine Ahnung, wo ich hier rein will. Ah Gott, hier geht's raus. Ähm, wohl, äh, Momentabler so aus. Geht ja eigentlich noch. Ähm. Ähm. Ob ich mal auf drei gespielt habe? Ja. Ich hab's... Dreimal, glaube ich, inzwischen durchgespielt. Ja, doch, dreimal inzwischen durchgespielt. Es ist mein Dipping-Spiel, ja, auf Platz 1. Und, äh, auf meinem Kanal, den Kanal, müsstest du, glaube ich, sogar in der, äh, in der Stream-Beschreibung unten finden. Ähm. Mache ich gerade ein Together. Ähm. Was heißt Together? Es ist eigentlich kein normales Together. Es ist nämlich ein Together, wo wir uns einfach nur mit den Spielen abwechseln. Also, mit dem All-Excel, ich glaube, das finde ich gut. Ähm. Mit dem Spiel abwechseln. Mit dem, also, die Spieler wechseln sich ab. So, wollte ich sagen. Und, ja, ich kenn's halt. Wir spielen da den Insane-Hack. Das heißt, es ist ein Hack, der das Spiel noch ein bisschen, um einige schwerer macht. Okay. Die Bombe, die gebe ich mir eben kurz Alex. Übrigens, die Namen sind der Anspielung an RPG Maker. Weißt du, den ich kennst, der RPG Maker ist ein Tool, mit dem man eigene RPGs machen kann. Also, auch so hier in dem, in dem Spiel hier. Da gibt's auch verschiedene Versionen. Den RPG Maker 95. Der ist aber eher weniger bekannt. Weil der, ja, der ist auch nicht ganz so, naja, benutzerfreundlich. Mein Englisch oder... So, what language do you speak, my English is not very good, especially from German to English, my English is not very good because I have, I don't know at the moment the English word, Realschule in German, German, yeah, yeah, in German and middle school I think and yeah, my English, my English is, you see, yeah, yeah, I mix German words with English words, that's very good and so on, that's, I must definitely more practice English, English to German is not such a problem, but when I try to talk English, English as, at the moment, it's very confusing and you, yeah, and, and, uh, uh, Polish, I don't know the English word at the moment, uh, can speak German, uh, I came from Germany, yeah, uh, uh, uh. Ach god, okay, English is also good. wie gut kannst du denn deutsch ist es besser als mein englisch momentan oder ist das englisch besser kann natürlich auch ein bisschen langsamer sprechen also wie gut kannst du denn sagen wir mal den wortschatz also wie viele wörter und so weiter oh gott ich kann ich absolut nichts sorry das hat in der schule gar nicht gelernt wir haben mal russisch also russien immer gelernt aber in der fünften klasse das heißt in der grundschule und ja mein wundert mich dass überhaupt um diese u-zeit leute auf den stream kommen